Die Lange-Dies aus Niedersachsen. In nur 8 Stunden sind sie Stromerzeuger. Strom aus Sonnenenergie. Für welche Solarmodule aber fällt die Entscheidung? Nach dem Vergleich verschiedenster Anbieter überzeugte zum Schluss einer. Zentrosolar. Zentrosolar ist ein deutscher Hersteller. Produziert und konfektioniert wird hier in der Hansestadt Wismar an der Ostsee. Zentrosolar ist ein Pionier in der Solarindustrie mit über 15 Jahren Erfahrung. In der hochmodernen Fabrik arbeiten fast 400 Mitarbeiter. Neben Sorgfalt ist Qualität höchster Firmenanspruch. Und das von Anfang an. Nur die kleinste Beschädigung und schon wird die Zelle am Wareneingang aussortiert. Wenn diese Roboter ihre Arbeit aufnehmen, wird aus der Zelle ein sogenannter String, ein Zellstrang. Auch während der Verlötung in Reihenschaltung wird geprüft. Auf Dimensionierung, Risse oder Brüche. Inhomogenität der Oberfläche. Industrieroboter können viel, aber nicht alles. Erfahrenes Personal und Handarbeit sind für ein Markenprodukt dieser Güte Voraussetzung. Auf dem Leuchttisch wird die Verlötung der Roboter überprüft. Naht für Naht. Die entstandene Matrix muss elektrisch ausgemessen werden, um Fehlschaltungen auszuschließen. So vorbereitet kann das Modul der Spitzenklasse laminiert werden. 15 Jahre Produktionserfahrung, die Entwicklung im eigenen Unternehmen. Wir produzieren hier in Deutschland, sind größte Arbeitgeber in der Region. Und wir bieten die Sicherheit, Produkte made in Germany zu kaufen. Entkonfektionierung. Wieder Handarbeit. Jetzt sieht das Modul fast so aus, wie es Zentrosolar später ausliefert. Aber nicht ohne weitere Prüfmessverfahren. Darunter eines der modernsten überhaupt. Elektro-Luminiszenz-Technik. Sie zeigt die Qualität der Zellen. 1A-Ware. Trotzdem darf auch dieses noch keinen Strom produzieren. Erst nach der letzten Leistungsvermessung im Flasher. Bestanden. Jetzt liefert Zentrosolar die Module an die Kunden aus. In diesem Fall als Komplettbausatz. Ein schlichtes Paket, das sich bald mehr als bezahlt machen soll. Das sind regenerative Energien, die wir natürlich gerne nutzen wollen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Rechenexempel für uns. Die Anlagen sind jetzt bezahlbar geworden. Amortisiert sich halt über einen beschaubaren Zeitrahmen. Und danach ist es halt so, dass wir dann wirklich Geld verdienen können. Profit aus Sonnenkraft. Der Strom dieser beiden Niedersachsen ist Zentrosolar-Gelb. Welche Farbe hat Ihr Strom? des Zuschauen. Des Bi